Ey, wofür wetten wir eigentlich heute, ne? Krass. Oh, Krankenschwester. Könnte safer sein. Okay, könnt ihr nicht safer sein. Naja, das stimmt, Unschuld. Damals, als der Lobby Simulator noch hart aktiv war. Aber seit Michael da ist, wollen mehr Leute Killer spielen. Was ja an und für sich nicht schlecht ist. Killerrunden dauern jetzt aber ein bisschen, finde ich. Wofür habe ich mich überhaupt auf den Weg gemacht? 200 Punkte, danke. Hab ich die bekommen? Bin mir grad nicht sicher, ob ich die 200 Punkte bekommen habe gerade. Ah, muss ich eigentlich gekriegt haben. Jetzt habe ich die bekommen, lächerlich. Ich bin... Ey, ich bin... Ich bin... Ich dachte, der muss geheilt werden. Ich dachte, der muss geheilt werden. Ey, was denn los mit der, ey? Wie lang ist denn ihr Arm, ey? Haben sie den Arm länger gepatcht, oder was? Mal ein paar Punkte geiern. Wenn du rausgehst. ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Genau, letzte Runde ist um 10 Uhr angesetzt. Ihr kennt mich. Johnny, Eric, danke für dein Follow. Ich bin gegen den Baum gerannt. Warum mache ich das denn? Soll ich mich befreien? Jo! Nicht schlecht, Schwester. Jo, gibt wieder einen neuen Killer. Und nächste Woche kommt noch ein Patch, der das ganze Gameplay wahrscheinlich ein bisschen auf den Kopf stellen wird. Also alles, was man vorher gemacht hat, wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr funktionieren oder nicht mehr in der Form. Und man kann gespannt sein. Genau, und der Arm der Nerves wurde verlängert, so wie Schwenks gesagt. Moin Adalas! Ich glaube, das geht schon seit das Spiel draußen ist. Wenn jemand über eine Palette geht und verletzt ist, wohlgemerkt, dann kannst du ihn dir packen. Da liegt jemand. Zum Glück hast du eine Maid im Team. Eine Maid im Adidas-Anzug. Eine Maid im Adidas-Anzug. Ja, ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Kannst du dich mal sein? Ich bin nicht umge- Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. gut abgelenkt los komm schon hey alle abgehauen läuft bei uns ach ja schöne runde haben wir sogar mal wieder richtig gut was gerissen nee es geht nur wenn man verletzt ist die schreibe ich aber trotzdem nicht einfach